Wir schauen uns in diesem Video einmal an, was es mit der Kommunikation zwischen CPU und Festplatte insbesondere im Hinblick auf Interrupts alles auf sich hat. Gehen wir davon aus, dass wir einen Rechner haben, der bereits eingeschaltet ist. Das Betriebssystem ist geladen und es soll jetzt ein weiterer Prozess gestartet werden. Dafür müssen wir also aus einer Datei auf der Festplatte die Information zunächst einmal in den Hauptspeicher kopieren. Dummerweise ist es jetzt nicht so einfach wie in dieser Animation gezeigt. Wenn wir genau nachdenken, dann fällt auf, dass die CPU ja an dieser Übertragung noch gar nicht beteiligt war. Wir stellen es daher um und es muss so sein, dass von der Festplatte die Informationen zunächst zur CPU laufen und von der CPU dann in den Hauptspeicher transferiert werden. Es ist also so gesehen ein Umweg zu nehmen. Und es wird noch aufwendiger, denn das gesamte Programm kann natürlich nicht auf einmal übertragen werden, sondern wir müssen Datenwort für Datenwort einzeln von der Festplatte holen und dann auch einzeln in den Hauptspeicher schreiben. Als erstes wartet die CPU darauf, dass im Zustandsregister des Festplattencontrollers zu lesen ist, dass er bereit ist für die Aufnahme des nächsten Steuerbefehls. Dann sendet die CPU den ersten Lesebefehl und der Festplattencontroller holt von der Festplatte den angeforderten Datenwert. Da die Festplatte prinzipiell sehr langsam arbeitet, muss die CPU jetzt warten und warten und warten. Der Festplattencontroller zeigt durch einen Interrupt an, dass das Datenwort jetzt im Datenregister verfügbar ist. Der Interrupt-Controller meldet diesen Interrupt der CPU und die CPU ruft die zugehörige Interrupt-Behandlungsroutine auf. Die Service-Routine liest nun das Datenregister des Festplattencontrollers aus. Es kann vom Steuerwerk direkt in das Speicherdatenregister geschrieben werden. Im Speicheradressregister wird die Adresse hinterlegt, die im Hauptspeicher die Speicherstelle beschreibt, an der das Datenwort abgelegt werden soll. Zusammen mit einem Schreibenbefehl wird alles nun an den Hauptspeicher übertragen und das betreffende Datenwort wird im Hauptspeicher in der entsprechenden Speicherstelle abgelegt. Die letzte Handlung der Interrupt-Behandlungsroutine besteht nun noch darin, die Bestätigung zum Interrupt-Controller zu senden, dass dieser Interrupt jetzt abgearbeitet wurde. Auf gleiche Weise wird nun mit allen weiteren Befehlen aus der Datei von der Festplatte verfahren. Man kann sich vorstellen, dass bei einer entsprechend großen Datei die CPU sehr oft in einen Wartemodus eintreten muss und erst durch den Interrupt aufgeweckt wird. Vielleicht hast du aber ja auch schon eine Idee, was die CPU alternativ tun könnte, anstatt einfach nur zu warten und zu warten und zu warten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und vorhin aus der Rentmmasche